Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf unseren Channels und zwar von dem Channel von, ja, von mir und der Engelchen Hallo Von dem Matten Hallo Und von El Barista Hallo Der ist zum ersten Mal jetzt mit meinem Projekt, endlich das erste Projekt mal, was man auch mit ihm zusammen macht Ich will nur andeuten, Left 4 Dead 2, seine Idee, nicht dabei So und wir begeben uns jetzt aber in die Kampagne der ersten, also von Left 4 Dead 1 Da werden wir uns jetzt in die Kampagne reinbegeben, weil wir kennen die ja schon aus 2 Und da würde ich sagen, starten wir jetzt sofort mal in die erste Runde rein Ihr seht, vielleicht seht ihr es jetzt, bei mir läuft die Folge, die läuft beim Werten Matten und die läuft auch beim Werten El Barista Es wird ab morgen anders sein, ab morgen kommt es nämlich schon aus der Engelchensicht Äh, und dann geht's reihum, dann kriegt der El Barista das, dann kriegt der Matten das, dann krieg ich's wieder, dann hat's der El Barista wieder Ähm, das wird immer so hin und her geschmissen Na klar, wir sitzen zusammen und dann losen wir aus Genau So, der Plan Das ist aber laut Dann stellt sie eben leiser So, okay, stellt's euch eben leiser, wenn ihr's braucht Nö, bei mir ist's okay, glaub ich momentan Bleib mal kurz stehen, El Barista Bleib mal stehen Das ist voll Das ist voll Das ist voll Was? Was? Äh, hab ich auch gerade Ich hab ja die Addons drin Nein, El Barista ist lieb Und du bist Kenny Ach, dann hab ich die doch bei dir, dann sind die bei dir drin Dann hat er die übernommen Dann spielst du gerade Clementine Dann hat er das übernommen Was, weshalb ich so lache Wenn wir stehen, visieren wir immer schön mit unserer Waffe an Aber bleibt El Barista stehen Streckt er seine Arme aus Und knickt die Beine so zusammen Das sieht so geil aus Okay Muss ich mir, muss ich mir dann mal bei dir anschauen Was, wo ist dein Schiff? So, ähm, ja Dieses Schiff duckt er gar nicht Äh, Steuerung Steuerung ist Crouchen Steuerung So, E ist Waffen aufheben, ne? Rechtsklick ist Boxen Jetzt hör mal Gut, okay Gut, alle tot Das sehe ich jetzt schon kommen Pumpgun Nehme ich aber nicht Ich nehme die Ja, Pumpgun gefällt mir schon mal Ich denke dann Du brauchst auch Muni Und das, äh, Healpack nehmen wir auch am besten mit, ne? Ach, äh, mit E, ne? Ach, Engelchen hat schon das Engelchen hat schon das Schwert Oh Mann, oh Was? Engelchen hat ein Katana? Ja Ach Mann, ey, das wollte ich haben Aber dann glaube ich lieber mit eine Nein, ich glaube ich nicht mehr Pumpgun hier Hinter der Ihr sprecht ja nur Englisch, die Idiotin Ja, ich glaube das ist eine Englisch-Kampagne Das sind keine deutschen Zombies Joanne ist schon hart bei der Sache mit ihrem Messerchen Ja, ich will auch Messer haben Ich auch Ich will auch nur mit Nachkampfwaffe Ach was? Muss ordentlich krachen Kann auch nur mit Nachkampfwaffe Mistfliecher Wir machen euch alle tot Oh, oh, oh Alter Ich höre noch einen Hunter Ich höre einen Hunter Hunter auf mir Danke Boomer ist auch in der Nähe Ach, die kennt er ja gar nicht alle Mehr, ne? Ich glaube der Boomer ist oben Oh mein Gott Ich habe mich richtig erschrocken jetzt Also, äh Kennst du die noch alle Elbarista? Ne Ne, kennst du nicht mehr Der Boomer, der kotzt sich voll Ach, das Vieh Der Hunter, der springt sich am Kopf an und will deinen Kopf aufreißen Nein, der Hunter schmeißt sich zu Boden und zerfetzt deine Gedärme Der Jockey hüpft er auf den Kopf Der Charger, den hattest du gerade schon freundlicherweise am Arm Äh, dann gibt's noch die Bitch Die Bitch, Bitch Aber wieder Bitch zu ihr Und dann gibt's noch den Tank Splitter, Splitter, Splitter Der Splitter Nein, das war der Smoker Boomer, ich hoffe es ist so empfindlich bei dem Spieler, das glaubst du nicht Ich hab das auch, das ist viel zu empfindlich wegen dem Scheiß Jockey, höre ich auch Ah, wir müssen hier runter Hier? Hier runter Incoming Incoming Hier oben geht gerade die Post ab Geht schon wieder ganz schleppend hier ran, ey Das ist wie Smoker, 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 Smoker Okay Rechen dich runter, springen wir doch doof Nix Nahkampf Nix Nahkampf Nix Nahkampf Wannoh Ich will auch Nahkampf haben Hallo Benzin-Kanister Hier ist Nahkampfwaffe und neue pump guns martin hier vorne hier vorne martin hier da nehmen sie dir ich nehm den tactical shotgun habt ihr alles jetzt mach ich den monster tot puma spitter jockey ich höre den jockey alter wo ist er da oben ich hasse diese fiecher krass auch krass ich auch ja auch bist wie ich mache ich tot soll ich freundlicherweise wieder das fsk 18 da drauf machen martin das mache ich auch ja ich mache es auch wenn man wie auch heute wo ich habe eine rohrbombe ich höre ein charger hier oben ist adrenalin das nehme ich mal mit was du hast du gesehen da unten ja das stand nachkampfwasser hier in der ecke hier irgendwo war ich ne dann war das nicht das ist doch keine nahkampfwaffe mir zeigt er an das ist doch keine nahkampfwaffe mir zeigt er an du wählst es aus und dann machst du links klick ich wollte ich töten du bist wie wenn du jemanden helfen willst dann machst du einfach nimmst das ding in die hand machst rechtsklick auf den jenen alles klar danke was ich nie ans auto kommen das bieter es wird das wird das mit der scheiße jockey da vorne der ist tot jetzt bieter auch ich glaube einer schließt immer auf mein arsch das für mich stimmt ich das magst du doch so gerne martin hier ist eine rohrbombe das ist so einer oh im 16 sturmgewehr hier ist eine rohrbombe leute rohrbombe kommt ihr jetzt mal zurück und nehmt die rohrbombe mit hallo ja ne hier sind ganz viele zombies schatz so jetzt kommt mal hier rein hier ist euch geholfen da liegt eine rohrbombe nimm die mit ich höre ein hunter hat die rohrbombe joanne hat die rohrbombe ich höre ein hunter und ein jockey jockey ja Was? Was? Ja Was denn? Schhhh Ich renn wieder soweit vor wie Martin das immer sagt Na hier lang? Oder? hier nicht lang danke ich schmeiße eine rohrbombe oder nee brauche ich nicht mehr ja schatz heil dich mal denn es muss auch alt werden aber machst du auch schon ich weiß ich wohin hier runter ok oh nein tank 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 denke ich war immer so schwer wo ist er wo ist der tank ich höre ihn aber auch ja irgendwie hört man einen Viech ja er kommt glaube ich ich höre ihn auch der ist da dritte nicht die Tür aufmachen der ist da dritte ich wollte es sagen da ist ja so ein ausrufezeichen die müsse geht mal zurück geht mal zurück ladet eure waffen nach alles klar ich öffne die türe ich öffne die tür ich schmeiße eine rohrbombe ich glaube ich glaube richtig wer hat die rohrbombe schatz hast du die ich habe hier ich bin auch voll die gärts immer hoch ich bin dabei das bett das bett hat nun mal Booma Kotz, ich fliege! Ich fliege wieder! Eleg Booma Kotz, das ist scheiße! Martin liegt auch noch da! Oh, Alter! Martin, heil dich! Ich bin grau! Nee, warte, 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 warte! Dann heil Joanne! Oh, das Engelchen, Engelchen! Lass mal stehen! Ich bin grau! Danke! So, und Schatz, gib du ihm die Pillen! Gib du ihm die Pillen! Nimm die Pillen in die Hand, rechts sieh ich auf ihn! So, und nehmt links über! Ja! Oh, ne Mellow Weapon! Jetzt bin ich hier voll auf Tore! Ich hab ne Mellow Weapon, jetzt kann ich nicht nicht abgehen! Was gibt's denn hier? Hübsches, ne? Hier gibt's nix! Nichts für mich! Okay! Hier durch! Hier lang, hier lang! Charger! Scheiße! Hab Boomergalle! Hab hier hinten Boomergalle! Äh, Splitter! Hab die Boomergalle! Gut, okay! Danke! Hier lang, hier lang! Hier lang! Ich guck nach, ich guck nach! Das Boomergalle! Das Boomergalle! Nee, das Boomergalle! Die hab ich! Ich schmeiß die mal! Ich lock die alle raus! Vorsicht! Warte mal! Sagt mal still! Still! Inka-Mink! Ich glaub da heult was! Spitter da hinten! Ich bin beim Splitter! Ich bin beim Splitter! Ja, ich hab den Charger von... Ich komm den, ich komm nicht am Splitter dran! Ich bin low! Martin ist auch low! Hier liegt überall Boomergalle! Nimm die mit! Nimm die mit! Ich bin voll damit! Okay, dann lass es sein! Oh, für ist die gut! Oh, oh! Mathe, komm her! Mathe, komm her! Mathe, komm her! Wenn du die schmeißt, laufen die dahin! Okay! Das zieht die an! Oh! Sehr gut! Nice! Bitteschön! Okay! Wir kommen Schatz! Wir kommen Schatz! Hier ist der Schutzraum! Hier ist der Schutzraum! Schutzraum! Ich hab mir noch eine AK geschnappt! Ich hab mir noch eine AK geschnappt! Ich hab nicht! Ich hab nicht! Jo! Eigentlich bist du am Schutzraum! Spitter! Spitter! Ah! Ich gebe Martin das Ding! Ey, Barista ist auch am humpeln! schnell! Schrein! 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 Komm mit! Schrein! Schrein! Ich will die ganze Zeit sprinten! Ich glaube, hier ist noch nicht der Schutzraum! Hilfe! Hilfe! Ah si! Danke! stirbt gleich einem smoker ich sehe es schon kommen tschuldigung ja tschuldige schnauze mich nicht an man kriegt mal einen charakter unter kontrolle ich habe molly gefunden ja ich habe auch lieber molly genommen müssen hier hinten lang aber ich habe mich nicht halb ich heilig hinter uns hinter uns hinter uns ich bin mich am heilen ich bin lass sie kommen, lass sie kommen smoker, smoker da drinne ja hunter smoker, smoker, oben drauf danke hast du mich gestoppt? ja hier oben sind rohrbomben hilfe, hilfe, hilfe ok nächste healpack braucht definitiv stefan ja mir gehts nicht gut mir gehts nicht so gut ja ah ha musik naja schauschen äh seit eu Based the shimsy wits im fly wenn du draussen suffers zum da fährt Ampeln um Safe Room! Safe Room! Ist das nicht der Schutzraum? Ja! Safe Room! Und die Tür hinter sich zu machen Puh! Okay! Jawohl! 1,50! Ich hab die meisten! Danach Engelkirn und danach komm ich und dann der Parista Ja! Die Folge wird jetzt auch hier vorbei sein. Ernsthaft? Schon 20 Minuten? 20 Sekunden noch 2,40 Sekunden noch Jo, JoN ging ab mit Nahkampfwaffe, Alter! Ja gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle für die erste Folge. Wie gesagt, die nächste Folge gibt's dann morgen bei, ähm... Bei uns? Ne? Oder? Ja! Halt's Maul jetzt! Ja, dann würde ich auch mal sagen. Tschüss! Ja, ich wollte die eben quatschen lassen. Deswegen... So, okay, also wie gesagt, die nächste Folge morgen bei uns auf dem Kanal aus Engelchensicht mit Facecam unbedingt anschauen! Genau! Geile Schnecke hier! Ja gut, okay meine lieben Freunde, da klingelt auch der Wecker und dann würde ich sagen, haut da rein! Bis morgen! Tschüss! 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 Ähm, jetzt... Tschüss! 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 Tschüss!